Hallo meine Lieben! Hier sind wir wieder! Wir spielen weiter! Wir sind hier durch diesen Durchgang gekommen. Das war das mit dem Fallgitter, was Sophia uns netterweise aufgemacht hat. Jetzt habe ich ja auch noch so ein paar Dinger hier. Musste ich die nicht da rein tun? Ich meinte... Also in die Kiste. Der Aurichalcum ist bereits in der Box. Ja, aber da ist sie doch. Und jetzt? Äh, Sophia. Ja? Kann ich mir dein Halsband für einen Augenblick ausleihen? Kann ich mir das Necklace von dir für einen Moment ausleihen? Warum? Weil wir alles da rein tun müssen. Er bringt den Aurichalcumdetektor. Ich glaube, der Aurichalcumdetektor ausleihen. Ja. Also? Ich will nur Absal in die Kiste stecken. Also, ich will Nura Absal in eine Box. Ha! Boxen werden ihn nicht halten. Dann kann ich es ja machen. Hallo? Sophia? Ja? Ja? Your Necklace ist confusing the detector. So? So, give me the Necklace. Not a chance! Forget it! Ui, Sophia, sei nicht zickig. Wow. Nur Absal hat den Durchblick. Das habe ich doch gerade dreimal gedacht. Ich will die in die Goldkiste. Okay, gib mir die Box und ich werde es in die Seite legen. Ja. Da, aber nur für ein paar Minuten. Danke. War das aber schwierig, ey. Meine Fresse. So. So, jetzt bin ich nämlich einmal durchgegangen. Und zwar, das ist hier ein Rundgang. Man geht hier rein und kommt hier raus. Das habe ich eben schon ausprobiert. Jetzt muss ich nämlich wahrscheinlich in jedem Zimmerchen den ausprobieren. Als anderes weiß ich nicht, was ich machen soll. Probieren wir mal. So. 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 Oh. So. 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 Wir machen die mal zu, ne? Ja, was heißt das? Biss ich dich. Oh. So. Also. Dann. Erst wird wieder... Ich dachte, was ist das? Riespelt die eigentlich, oder ist die Technik so schlecht? Noch mehr Tür. Ich denke, das wird funktioniert. Ich denke, das wird funktioniert. Ich bin mir mal gespannt, ob ich das hinkriege. So. Jetzt muss ich wieder mein Büchlein öffnen. Oh mein Gott, wo war denn das? Oh. So. Wie war das? Also der Sonnenstein, wenn morgen Licht die Hirn erwartete, das kennen wir ja schon. In der Kolonie brauchte man nun einen Mondstein, wenn die dunkle Nacht von Vollmond erhält wurde. Um Atlantis zu erreichen wurde eine kleine Weltstein hinzugenommen, weil die edle Sonne allein auf die Ostsee strahlte. Die Sonne Ostsee ist neu. Gucken wir mal. Das einzige, was ich noch nicht probiert habe. Die Ostsee ist jetzt in der Nacht gewesen. Hat nicht ganz funktioniert, aber okay. Ich habe die Ostsee. Die Ostsee war im Vollmond in der Nacht. Jetzt sagt nicht, die edle Sonne ist Mond. Edle Sonne allein. Das hilft mir nicht weit damit, probieren kann wie schneller. Also das mit dem Weltstein war jetzt komisch. Ja, vergesst es. Uh oh, ich hätte besser nicht die Stöhne verlieren. Mhm. Sophia, wo bist du? Ach nee, haben wir schon wieder die ganze Arbeit für euch gemacht? Ach nee, haben wir schon wieder die ganze Arbeit für euch gemacht? Körner, which rock did you crawl out from under? Ach, warum denn ich mach das fast? Hand over the stones or you'll never see Miss Hapgood again. Ah, von mir aus. Okay, take the stones. Just don't hurt Sophia. She'll be perfectly safe. In my custody. Ich glaube, ich glaube ich schon wieder. Uh oh, Körner wedged es shut from the other side. Oh. You know, I think one of the rocks is starting to move. Fräulein, halt! You must board the U-boat. I'm not going anywhere. What have you done with Indy, you creep? Creep. Forget about Jones. How can you expect a man to lead you through Atlantis when he can't even find a way out of the labyrinth? And you're practically an Atlantis tour guide, I suppose? We have charted an underwater entrance to the lost city. Together, we will discover its secrets. Good luck. You have a choice, Fräulein. Join us and fulfill your life's ambition. Or join your friend, another rotting corpse on the road to glory. Well, how can I refuse hospitality like that? Jones was a better man than I thought. If he could tolerate her. Danke! Da hättest man auch reinkommen können. Hey, there's a Nazi U-boat. Da gehen wir doch hin. Hättest man nicht so reingehen können, die paar Steine beiseite räumen. Komm, wir benutzen. And risk killing a passing Marlin? Ach so, nein. Den Alen darf man natürlich nix tun. Dann gehen wir woanders hin. HALT! Uh-oh. HALO! I'm the captain here. And I don't tolerate stowaways. I'm not a stowaway, I'm a runaway. We'll see about that. Where do you think you're going? Äh, das war was. HALO! Jetzt bin ich der Captain. Hoffe ich? Looks like I'm Captain now. Whoa, we're getting underway. Ähm, eigentlich hat er was anderes gesagt. Das, das mit sehen. Let's hope we're headed for Atlantis. Tira? Wo, 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 wo ist die Steuermann? Oh. That won't work. Whoops. I'm a dead man if I go down there while those Nazis are around. Äh, ich muss die jetzt irgendwie weglocken. Komm, wir machen mal hier. Esst wasen. Ähm. Allemann zum Hector Pedro? Ganz mitschiff, aber zack zack. Äh, allemann in dem Bug. Äh, your Captain commands, all hands to the bow. Hat das geklappt? Es hat geklappt. Ja, können wir da den Hinterrücks... Indie! Jones, where? Sorry. Must have been my imagination. Äh. Äh. Äh! Äh! Abhalten! Wenn ich mich anschleiche! Wenn ich laut schreibe! Jiji! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt geh ich erstmal weg. Jetzt guck ich mal, ob's hier was zu plündern gibt. Oh meine Fresse! Alter! Alter! Ist das der Bug? Hoffentlich nicht. Oh cool. Oh. Oh. I'll take a couple of slices. Don't mind if I do. Hm. What is this about to do? Okay, the mug is full of acid. Yeah. Aber was machen wenn wir heben? It's labeled Ausgeschnitzel. I don't have to. Whoa! That was close. Das ist ja auch die Fallschule. Das ist ja auch die Fallschule. The closet door is in the way. Oi. I must have it in you. Try to relax, Herr Doctor. Relax? We are approaching a civilization that played with the forces of nature so that we play with toys! Come now, don't exaggerate. How else do you explain the wonders of Orichalcum or the stone disks? Hmm. What have you done with the stones? What have you done with the stones? Calm down. They are right behind you in the captain's strong box. Oh! There was I! There are two Germans who are talking about each other. Orichalcum bomb? It doesn't seem to open. Whoa, the acid is eating right through the metal. Here are the stone disks. There's a small key in here too. Oh cool. Better control! Could I turn something back from behind? Blah 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 blah... Water torture. Sofia? Indy? Jones can't save you now, madam. Oh, wait! I'm getting a message! A message from Nurab Sal! Nurab what? An old friend from Atlantis. His spirit is calling me. Can you get rid of the guard? Alas, Nurab Sal is weak and far away. Tell Nurab Sal that I've got a plan. Nurab Sal is listening. Just distract the guard for a while, okay? Nurab Sal understands all. Wait! What? Oh, darn. I've lost contact. Too bad. I can't reach it. I can't reach it. Excuse me, Mr. Guard Person. Mr. Guard Person. What is it now? I was just wondering. Yes? Oh, it's probably nothing. I order you to finish your sentence. Who knows? It might come in handy. Who are you? Talk fast, and I better like your tone of voice, or you're a dead man. I'm the staff archaeologist. Got any buckets? What do you want with a bucket? I'll let Sophia show you. Indy! Nice work. You could have been a bit earlier, right? Do you know how to run this boat? Are you kidding, Jones? I'm a spiritualist, not a navigator. I'm going to look around. Okay. That won't work. Wonderful. It snapped right off. It fits! Yes. Now it's down. It's even better. Now it makes it fit. Now it's possible. Now it's possible. I'm going to look around. So geht's auch. Es ist ein Stück fester hier. Sophia? Bist du noch da? Was? Gee, it's dark. Don't get any ideas, Buster. There must be a torch or something we can use. I can't reach it. I can't reach it. Get your hands off me, Jones. Jones? Hey, you're not Jones. Help, Indy! Indy! Ich sehe aber auch nichts, ne? Ah, jetzt wird's was heller. Sophia? I can't reach it. The ladder is in place. I can't pick that up. I can't pick that up. I can't pick that up. I can't move it. It feels like a stone box. Oh. It's opened. It feels like a spindle for the stone discs. I can't pick that up. Where are you? The fucker... Kerner must have grabbed her somehow. Ja, Saft. Das hat man doch gehört. Das war ja jetzt das entgegengesetzte. Danke. Also, die untergehende Sonne war richtig, aber Mittagssonne Neumond. Das hat ich doch gemacht. Und die Ostsee ist bei Vollmond. What? 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 It's a statue. It's mouth is open. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, so, alles klar, unsere Zeit ist eh vorbei und wir sehen uns im nächsten Zeitung, wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.